So, heute ist meine erste Erfahrung mit Uber. Da hat man auf ein Taxi verzichtet und ist ein bisschen später gekommen, aber naja, dafür bin ich gelohnt worden, hatte sehr intensive Gespräche gehabt mit Akmit und kann ich nur empfehlen, top, top fahren, von Uber. Ja, da ist er. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, guckt euch an, er ist ein Deutscher. Akmit, Deutschpass. Also, die Deutschen sind die Besten. Germany forever, forever Germany.